Babenhausen ist eine Stadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg in der Region Statenburg. Geografie Die Stadt liegt in der Flugsandebene nördlich des Odenwaldes. Die Kernstadt sowie die Stadtteile Hergershausen, Sickenhofen und Haareshausen liegen auf 127 Metern über NN an der Gersprenz, die in mehreren Armen das Stadtgebiet durchfließt. Babenhausen ist eine der waldreichsten Gemeinden Südhessens. Das Umland wird zum Großteil ackerbaulich genutzt. a. Werden Spargel und Mais angebaut. Um die Stadt verteilen sich mehrere Kiesgruben. Babenhausen liegt an der Deutschen Fachwerkstraße. In der Gemarkung der Stadt liegt auch die Wüstung Altdorf. Babenhausen grenzt im Norden an die Städte Rottgau und Selligenstadt sowie die Gemeinde Mainhausen. Im Osten an die Marktgemeinden Stockstadt am Main und Großostheim. Im Süden an die Gemeinde Schafheim und die Stadt Großumstadt sowie im Westen an die Gemeinden Münster und Eppertshausen. Die Stadt hat folgende Stadtteile. Babenhausen, Hapatshausen, Haoreshausen, Ergershausen, Langstadt, Sickenhofen. In der Kernstadt werden zudem noch verschiedene Wohngebiete mit Namen bezeichnet. Diese Namen sind jedoch nicht offiziell und auch nicht streng abgegrenzt. Geschichte Babenhausen wurde 1236 erstmals urkundlich erwähnt. Die Schreibung des Namens variierte im späten Mittelalter leicht. Babenhausen, Babenhusen, 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 Bibinhusen, Babinhusen, Bobinhusen, Babinhusen. Adelheid von Münzenberg Tochter Ulrich Sie von Münzenberg heiratete noch vor 1245 Rheinhatti von Hanau. Als Heiratsgut brachte sie unter anderem die Babenhausen mit, das seitdem zur Herrschaft Hanau, später der Grafschaft Hanau und nach der Landesteilung von 1456 zur Grafschaft Hanau-Lichtenberg gehörte. Babenhausen war der Hauptort des Amtes Babenhausen. Die Stadt wurde als Marktsiedlung planmäßig unmittelbar nördlich an die Burg Babenhausen als unregelmäßiges Viereck angelegt. Etwa in deren Mitte liegt der rechteckige Marktplatz dessen Ostseite die Nikolauskirche bildet. Die Straßen zweigen rechtwinklig von der Hauptstraße ab und bilden westlich von ihr ein gitterförmiges Straßennetz. Die Stadt erhielt 1295 durch König Adolf von Nassau Stadtrechte mit einem Wochenmarkt. In dieser Zeit wurde der Bau einer Stadtmauer begonnen, die 1445 mit Mauer und Graben neu errichtet wurde und ursprünglich sieben Türme und zwei Tore aufwies. Ein großer Teil der Mauer ist bis heute erhalten, ebenso der Mühlturm oder Hexenturm und der Breschturm oder Spitzelturm. Die Stadtrechtsverleihung durch König Adolf von Nassau wurde 1351, 1401 und 1404 erneuert. Babenhausen hatte ein eigenes Stadtgericht, das das Stadtrecht von Frankfurt am Main anwandte. Darüber hinaus gehörte es zum Land- und Zentgericht Altdorf, das für größere Streitigkeiten zuständig war und ebenfalls Stadtrecht von Frankfurt und später das Solmserlandrecht anwandte. Im 16. Jahrhundert wurde dieses Gericht durch den Landesherren in die Stadt Babenhausen verlegt, wobei die Stadt selbst nicht mehr in die örtliche Zuständigkeit des Gerichts fallen sollte. Es wurde zudem zum Teil mit städtischen Schiffen besetzt und war zuständig für die wichtigeren Verfahren. Kleinere Verfahren verhandelte das Stadtgericht von Babenhausen. Kaiser Karl IV. verlieh am 22. Februar 1368 Ulrich III. von Hanau das Recht, in Babenhausen eine Münzstätte zu errichten und dort Münzen mit eigenem Wappen und den in Frankfurt oder Nürnberg üblichen Nominalen zu prägen. Zwar bestätigt König Ruprecht 1.404 Dekasekunden Münzrecht, Gebrauch aber wurde davon nicht gemacht. Erst Graf Philipp Ludwig II. von Hanau Münzenberg, der dieses eigentlich nur für Babenhausen geltende Privileg stillschweigend auf Hanau übertrug, prägte danach erstmals Münzen. Erst unter Graf Johann Reinhardt arbeitet eine Münzstätte in Babenhausen in den Jahren 1607 zu 1625 und prägte unter anderem Goldgulden. Um 1430 wurde der Ort Langenbrücken infolge der Agarkrise zur Wüstung und ging in der Gemarkung Babenhausen auf. 1503 Untergraf Philipp II. von Hanau-Lichtenberg erhielt die Stadt ein Privileg des Kaisers einen Jahrmarkt abhalten zu dürfen, den Nikolausmarkt. Im Dreißigjährigen Krieg fruchtete die Seitens der Grafen Johann Reinhardt je, und Philipp Wolfgang zunächst verfolgte Politik der Neutralität nicht. Das Amt Babenhausen lieg mit seiner Lage im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe der Kurpfalz und an den Heerstraßen im Rheintal besonders intensiv. Mehrfach von unterschiedlichen Kriegsparteien besetzt, waren die umliegenden Dörfer schon in den ersten Kriegsjahren verwüstet. Die Bewohner flohen allein 2500 in die Stadt Babenhausen, wo daraufhin die Pest ausbrach. 1631 traf es die Stadt und das Schloss Babenhausen erneut, als sie durch kaiserliche Truppen besetzt und geplündert wurden. Ein Jahr später marschierten die Schweden unter Generalgraf Wolfgang Heinrich von Isenburg-Büdingen ein. Vom 23. Februar bis zum 28. März 1635 wurde die Stadt erneut von den kaiserlichen Untergraf Philipp von Mansfeld allerdings erfolglos belagert. 1636 dann aber doch bis 1647 von Kur-Mainz besetzt. Innerhalb der heutigen Gemarkung Babenhausen wurden durch Kriegsfolgen und Pest die Ortschaft Altdorf nach 1635 aufgegeben. Nach dem Tod des letzten Hanauer Grafen Johann Reinhard III. 1736 kam es um Stadt und Amt Babenhausen fast zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den potenziellen Erben. Der Landgrafschaft Hessen-Kassel und der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt. Beide Seiten besetzten mit ihrem Militär jeweils einen Teil des Amtes. Die Stadt Babenhausen wurde durch hessenkasselisches Militär besetzt. Die Auseinandersetzung konnte erst nach einem langjährigen Rechtsstreit vor den höchsten Reichsgerichten 1771 durch einen Vergleich, den sogenannten Partifikationsrezess beendet werden. Danach fiel Babenhausen an die Landgrafschaft Hessen-Kassel. Mit der Umstrukturierung Deutschlands in napoleonischer Zeit kam Babenhausen zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt und gehörte dann zu folgenden Verwaltungseinheiten. Bis 1821 Amt Babenhausen 1821 bis 1832 Landratsbezirk Seligenstadt in der Provinz Statenburg des Großherzogtums Hessen 1832 bis 1848 Kreis Offenbach mit der Einführung von Kreisen im Großherzogtum Hessen 1848 bis 1852 Regierungsbezirk die Burg während der Einteilung der Provinz Statenburg in Regierungsbezirke 1852 bis 1928 Kreis die Burg mit der Aufhebung der Regierungsbezirke bis zum Ende der Provinz Statenburg 1938 bis 1977 Landkreis die Burg Im Zuge der Gebietsreform 1938 werden die drei hessischen Provinzen Statenburg, Oanhessen und Oberhessen in Kreise aufgelöst. Ab 1977 Landkreis Darmstadt die Burg in dem der Kreis Darmstadt im Zuge der Gebietsreform in Hessen aufgeht Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die Durchbrüche durch den Festungsgürtel Das Bachtor im Süden wurde 1819 das Hanauer Tor im Norden 1823 und der Bachtarturm 1840 niedergelegt Aber es wurde auch neu gebaut Ein neuer südwestlicher Stadtteil wurde errichtet und die Stadt seit 1870 nach Norden erweitert Das Spessartviertel kam 1925 dazu Die Siedlung an der Seligensteter Landstraße 1936-37 Während des Zweiten Weltkriegs bestand in Babenhausen ein Lager für sowjetische Kriegsgefangene Das nach Kriegsende als DP-Lager für jüdische sogenannte Displaced Persons diente Das DP-Lager in dem bis zu 3000 Personen untergebracht waren wurde im April 1950 aufgelöst Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Babenhausen bis 2006 eine bedeutende Garnison der US-Army Die mit den Artillerieeinheiten MLRS und Patriot belegt war Das genutzte Gelände lag im Südosten der Stadt Die Nachfolgenutzung wird diskutiert auch durch ein gemeinsames Projekt von Stadt und Technischer Universität Darmstadt Am 31. Dezember 1971 wurden im Vorfeld der Gebietsreform in Hessen die Gemeinden Harpershausen, Langstadt und Harreshausen nach Babenhausen eingegliedert Am 1. Juli 1972 wurde die Gemeinde Hergershausen und abschließend am 1. Januar 1977 die Gemeinde Sickenhofen eingemeindet Für die Kernstadt Babenhausen und die eingegliederten Stadtteile wurden Ortsbezirke mit Ortsbeirat und Ortsvorsteher eingerichtet Belegte Einwohnerzahlen sind Politik Die Kommunalwahl am 6. März 2016 hatte folgendes Ergebnis Die Bürgermeisterwahlen am 28. September 2014 lieferten folgendes Ergebnis Babenhausen unterhält mit der Stadt Buxvilla im Elsass in Frankreich seit 1984 eine Städtepartnerschaft 2004 wurde die 20-jährige Verschwisterung mit zwei großen Feiern einer in Buxvilla einer in Babenhausen begangen Freundschaftliche Beziehungen bestehen zu Babenhausen in Bayern und Lichten Tanne in Sachsen Religiöse Einrichtungen Hauptartikel Sankt Ursprünglich war die Kirche von Babenhausen eine Filiekirche von Altdorf und erst 1339 wurde sie als selbstständige Pfarrkirche genannt Zum Kirchspiel gehörten die Dörfer Langenbrücken und Zell Das Patronatsrecht lag bei den Herren von Hanau Kirchliche Mittelbehörde war das Archidiakonat Sankt Peter und Alexander in Aschaffenburg Landkapitel Montat Die Reformation erfolgte 1545 durch Erasmus Alberus unter Graf Philipp IV von Hanau Lichtenberg Die Gemeinde wurde lutherisch Zwischen 1777 und 1796 bestand unter den reformierten Landgrafen von Hessen Kassel eine reformierte Pfarrer erstelle Nach 1807 fand kein reformierter Gottesdienst mehr statt Jüdische Gemeinde Die ältesten Erwähnung eines Juden in Babenhausen stammt aus dem Jahr 1318 100 Jahre später wird eine Judenschule erwähnt Seit 1351 waren die Herren und Grafen von Hanau mit dem Reichslehnen über die Juden belehnt das bis ins 17. Jahrhundert immer wieder bestätigt wurde Die jüdische Gemeinde in Babenhausen wurde erst durch den Holocaust ausgelöscht Der jüdische Friedhof existiert noch Am Standpunkt der ehemaligen Synagoge in der Amtsgasse wurde ein Gedenkstein errichtet Bauliche Reste, die säkular genutzt wurden, bestanden zumindest noch 1985 Kultur und Sehenswürdigkeiten Historische Bauwerke Schloss Babenhausen im Kern Staufisch 12. 13. Jahrhundert Stadtmühle, Stadtmauer mit Hexenturm und Breschturm Marktplatz mit Rathaus 13 Patrizierhäusern und der Evangelische Stadtkirche Sankt Nikolaus Jagdhaus im Stadtteil Haoreshausen Evangelische Kirche in Langstadt Eingeweiht 19. September 1880 Regelmäßige Veranstaltungen Ball der Philharmonie Der Gesangvereine der Kernstadt im Januar Rosenmontags Ball in der Stadthalle Jedes Jahr am Rosenmontag Fastnachtsumzug am Fastnachtsdienstag Ostermarkt mit Gewerbeschau Sommernachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr Barbenhausen Waldfest am 2. Sonntag im August Altstadtfest Kunst- und Kulturtage im November Weihnachtsmarkt in der Altstadt am 1. Adventswochenende Wirtschaft und Infrastruktur Historisch liegt Barbenhausen am Kreuzungspunkt von drei alten Handelsstraßen den Verbindungen Odenwald-Frankfurt, Franken-Frankfurt und Darmstadt-Aschaffenburg Barbenhausen liegt an der Bundesstraße 26 Die Deutsche Fachwerkstraße führt durch Barbenhausen Eisenbahn Den Bahnhof Barbenhausen erhielt die Stadt 1858 als die hessische Ludwigsbahn die Rhein-Mainbahn eröffnete Barbenhausen lag im Abschnitt der Strecke zwischen Darmstadt-Ludwigsbahnhof und Aschaffenburg Hauptbahnhof 20 Jahre später wurde Barbenhausen Kreuzungsbahnhof mit der Odenwaldbahn Deren Strecke nasst Barbenhausen-Eberbach 1870 und 1882 im Abschnitt Barbenhausen-Hahn-Osten Betrieb ging In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen wegen ansteigenden Straßenverkehrs große Umbaumaßnahmen am Bahnhof Die Gleise wurden fünf Meter höher auf einen Darm gelegt, die Bahnübergänge an der Aschaffenburger und an der Darmstädter Straße geschlossen Direkt neben dem Empfangsgebäude wurde eine Unterführung zur heutigen B26 gebaut Die Arbeiten wurden 1928 und 1929 abgeschlossen Zusätzlich befindet sich am Bahnhof ein wichtiger Knotenpunkt des regionalen Busverkehrs Ansässige Unternehmen Continental Automotive GmbH der Continental AG mit 2600 Mitarbeitern Mischels Preu Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Maximilian Adam von Blumenkron Militär der katholischen Liga im Dreißigjährigen Krieg Amtmann der Fürstbischöfe von Würzburg und Begründer des Adelsgeschlechtes der Ritter von Blumenkron Wilhelm Grün Ewald, deutscher Politiker, MDL, Mitglied der Weimarer Nationalversammlung Oskar Hock, deutscher Arzt, NSDAP-Funktionär, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Heinrich Klein war 1970 zu 1976 Landrat des Landkreises Dieburg und 1976 zu 1989 Mitglied des Deutschen Bundestages Johann Adam, östdeutscher Schauspieler Heinrich Leonhard Kolb, Politiker, MDB Weitere Persönlichkeiten Jürgen Schumann, Pilot der Lufthansa RAF-Opfer, lebte in Babenhausen und wurde dort beigesetzt Natur Die schöne Eiche bei Haareshausen ist eine rund 550 Jahre alte Pyramideneiche mit einem Stammumfang von 3,85 Metern Sie gilt als Mutter der Pyramideneichen und botanische Rarität Weitere Pyramideneichen befinden sich am Spessartplatz Auf einem kleinen Naturschutzgebiet auf dem Firmengelände der VD Automotive der Continental AG gibt es eine der größten Populationen Deutschlands Der sehr seltenen Pionierpflanze Sandsilberscharte Ehemals diente es als Truppenübungsplatz Seit 2007 wurden die Patriots Stellungen abgebaut und zu naturnahen Biotopen umgestaltet Zur Erhaltung der ausgedehnten offenen Sandrasen erfolgte übergangsweise eine Beweidung durch Schafe Seit Juni 2014 beweiden fünf Präwallschiebpferde dauerhaft die Flächen Damit wird zugleich ein Beitrag zur Erhaltung dieser fast ausgestorbenen Steppenart geleistet Für Besucher wurde innerhalb des umzäunten Geländes ein Rundgang mit Aussichtszügel angelegt Das ist ein Rundgang mit Aussicht